willkommen zurück zu iso da geht es müssen wir lagerplatz kuriers sind wir hier und müssen dann auch ruinen von schael unentdeckt niemals schirmstatus ja da mein hallo so er hat gelacht wenn ich mir so ein flaschen fleisch also noch umhauen würde ein dick ding ist hier ein schweinchen erst einmal den weg schreien was war so alles klar mir alles gut so tiefer ich bin gerade hier oben ist den weg schreien mitnehmen müssen wir hier oben sind ausgelaufen was neues weg schreien von abermatt uns gegenstände machen das schon die beiden hier oben ja ist hier oben aber ist das ritual noch bevor ich runter springe alles wieder hoch latschen muss was natürlich nicht wie ich nach oben komme ist aber scheinbar kein problem sein auch die sind aber silber nahe schon soweit wir machen wir es jetzt hier ist gebürge da war noch grad weit neben da wenn dahin grünen franz scheibe so ein schönes ok also wieder rechts rum recht ich mitnehmen in der letzten folge ja gebraucht vier stück hallo macht doch auch aus der reichweite ziemlich so blödsinn ach wenn ich hier schon zweiter eigentlich eigentlich wollte ich hier ein gemachsierer ja komm her genau kommen ja nicht weg können kannst du keinen schaden machen wir haben mit dem stab kämpfen das gewünsbedürftig wenn er die suchen wir jetzt nicht wegen des donnerkäpers ja will ich auch sagen muss ich dann mal rechnen nachschauen ab nach unten live red maximales leben er braucht man nicht wird rüstung rüstung magien waffen kraft jürgen leben brauchen nicht so viel brauchen wir nicht das wasser warum nicht hallo ein bisschen eine stadt bin 21 schon wieder schnell im stäbchen der wahnsinn warum mir ist ja voll und da oben links sehen da sind wir ja genau immer sterbe ja muss die himmelsscherbe wenn ich angezeichnet habe ich schon nicht gefunden ich stolper eine nase juckt zurück so ist sie aber gehen wir hoch immer schwer ist unten nicht jetzt da muss ja unten gelangen ja genau genau ist noch einer so mein magier nicht stärker genau hier müssen wir lang na gehe ich nach das gehe ich nach es los wobei der sieg bewegt haben konnte ich nicht die heuchtecken plage machen komisch also auch die himmelsscherbe alles klar leichen fest an seinen weg na was soll denn das ja gut ja schicksal so ne ja schön wenn ich alles mal durchlesen das sehr viel wenn man bei 300 folgen mehr als jetzt so himmelsscherbe haben wir auch aber zerstören geheimgang geheime kaiserliche anlage so was kann man hier schönes kärtchen also eine kleine das wird üblich ich glaube wir malochen lieben macht sie einen schönen tag immer hat mir gar nichts aus besuchen finden was schönes der immer schönes drin ich bin ja nicht immer die enttäuschung sind manchmal schon ein bisschen groß auch die gut aus immer zwei möchte ich nicht rauf egal und nummer drei lüren zufrieden kleine faule socken sich selber machen nach wo ist denn da ist ja da und da und da ist noch siehler belassen ja klar war mal schon so die salas besitzen die salas muss es jetzt hallo so dann wollen wir mal hier ein ist das editor nicht so groß machen wir auch noch fertig wahrscheinlich wieder länger die völker aber egal nö bin ich auch nicht gewisse Schafpfeil mit Zöpfen ich habe sogar nicht viel ich habe sogar entschlüsselt ja eine elfe mit waldelfe mit Zöpfen wird schön mein gott ich bin nicht besser oder da genau einer besser stärker nö 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 da muss ich nö 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 mit stäbchen zu kämpfen bin ja nicht gar nicht für ich muss sagen bei guild wars 2 elementar mag ja gut mit mitspielen mit weil wir müssen gold ist egal alles mitnehmen einmal hier rauf hallo dann geh doch bis haupt weg mit dir da hast du ja hier kein magiker mein gott soo hier rauf soo so kommt reicht da blocken genau hier rein wieder so große große anlage hier und sie doch zwei packen oder ach was ich mache mal durch genau die letzte folge auch alles in eine folge und fertig ist nicht so groß ich komme nicht runter ist klar außen rum latschen keine gekleine doch hallo champion 24 schon sehr schnell oder ist dann auch noch ein champion ein flammhund war ein bisschen mit feuer wenn man schon mal hat ein feuerlöscher richtig ja er kommt die sind schuld aber der platt ganz einfach die sind schuld muss einmal ganz außen rum latschen dann machen wir es doch eben schnell und 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 läuft doch wunderbar im stäbchen hätte ich nicht gedacht noch kommen lassen aber untere kammer und motto nehmen achten stücke nicht egal unter da sind wir schon lieber da ist klar du bist voll mir will willst du denn ach ja ja komm ja ja und du auch sind wir jetzt aber das ist meine aber schluss heute sehen uns die nächsten folge machen weiter bei eso ein schönes